Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Naziregimes hatte auch Hannover mit den Folgen zu kämpfen, politisch und existenziell. Doch wie informiert, organisiert, regiert man eine Stadt in Trümmern und eine Bevölkerung in Not, ohne Infrastruktur, ohne Zeitung oder Radio? Die Behörden griffen auf ein klassisches Informationsmittel zurück, das Plakat. Auf Mauern und Bretterwänden überall in der Stadt wurden neue Verordnungen und Bekanntmachungen für die BewohnerInnen und die vielen Flüchtlinge angeschlagen. Unser Datenset besteht aus 50 Digitalisaten und den Metadaten dieser Anschläge und Plakate aus der Zeit zwischen 1945 und 1950. Das Sample gibt in einer spezifischen Sprache und Optik zahlreiche Hinweise darauf, was die Menschen zu tun und zu lassen hatten, was zuerst gesichert und was zuletzt neu geordnet wurde, was wirklich zählte, was die neuen wertvollen Dinge waren und wer sie bekommen sollte. Wir freuen uns auf Ihre Ideen dazu. Vielen Dank.